...betrachtet die Sache als erledigt, wie ihr wünscht. Fertig, Meister. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Aber gern! Ja, mein Gott. Sehr wohl. Wo geht's hier hin? Noch ein stärker Ruh. So gut ich kann. Ja, gut. Die Rohstoffe hier sind eindeutig viel. Aber das Leonardo eigentlich... Gut. Zeitag. Sehr wohl. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Sehr wohl. Ob das auch wirklich... Also... Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich gebe mein Bestes. Finde dein Heil auf der Seite der Geld. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. Knapp gerettet. Wird gemacht. Ha. Wenn die weiter ausgebildet sind, braucht man zwar mehr... Aber jetzt, wo ich noch so geringe Stufe habe... Ja, mein Herr... Selbstverständlich... ...brauchen die genauso viel wie die... Praktisch. Ihr habt nicht genügend Eisen. Aber hier, stand nicht hier irgendwo eine Eisenmine? Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Zeitag! Zeitag! Hm... Aber das ist doch schon unklar, dass die hier so gut ausgerüsteten Kerle gegen so welche antreten. Das ist doch nicht gerecht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, aber ich denke mal, das reicht schon so ein bisschen. Und ich baue jetzt hier auch noch so... Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ist in Ordnung. Ja, ist gut. Einer eurer Helden wird angegriffen. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. Ich schaue hier mir meine Truppen zusammen. Das finde ich gut. Also, wäre eine gute Taktik. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob die Feinde hier sich erst aufrüsten, wenn man hier so anfängt, oder ob die schon vorher anfangen. Ist eigentlich auch mal so interessant zu wissen, wie das dann so ist. Das könnte ein bisschen lauter werden. Wenn man hier erst anfängt, wenn man so anfängt, dann könnte man erst mal eine riesige, fette Armee bauen und dann erst... Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Steinmetz trifft in eure Dienste. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Kein Problem. Ich würde jetzt echt gerne wissen, ob man jetzt halt das abgeben muss, oder... Also, wenn die Minen gebaut wurden. Oh... Verzächtigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ich hab getan, was ihr wollt. Elias. Ich stecke in Schwierigkeiten. Helft mir. Jawohl. So gut ich... Standbild. Elias. Jawohl. Folge der gerechten Sache, deine Sünden seien wir vergeben. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Es ist Zaltag. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Euch fehlt Eisen. Fertig, Meister. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Fertig, Meister. Ist das nicht wundervoll hier? Oh, Dario. Ich hoffe, Eric. Ja. In Ordnung. Wie ihr euch... Aber jetzt, warum hielt ihr es immer am vordersten Front steht, weiß ich jetzt wohl nicht. So gut ich kann. Das muss ja nicht unbedingt sein. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja. 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 Also, wie ihr seht, ist das schon ein bisschen problematisch. Aber vielleicht gehe ich die Sache auch einfach nur falsch an. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke jetzt mal... Das könnte ein bisschen lauter werden. Langsam ein bisschen so Aufnahmeschluss und... Ja, Meister. Ich bringe dann hier erstmal die, was von der Bauphase übrig bleibt. Ich bringe mich und... Ich baue dann, wenn möglich, eine Armee auf und... Ist das nicht wundervoll hier? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich habe jetzt mit dem die Mine in die Luft gesprengt. Ich schicke mich dahin, dann schicke ich die dann... Ja. Ich hoffe dann bloß, dass sie dann nicht die Eisenmine dann auch noch angreift. Das wäre dann nämlich blöd. Aber ich könnte also sagen, dass ich hier irgendwo eine offene Eisenmine gesehen habe. Oder war das hier die Mine? Ich habe gedacht, es ist hier irgendwo... Ja, das habe ich bereits öfters gemerkt. Ihr werdet angegriffen. Eine einzelne Kanone. Ist das jetzt... Ernst? Kann ich jetzt die Kanone bekehren? Folge der gerechten Sache und deines Sünden... Nicht mehr, das schaffe ich mich nicht mehr. Weil ich... Nein... Wie er befehlt! Wenn Gott es so will... Natürlich, die werden sofort beschlagnahmt. Okay, das ist dann die Frage beantwortet. Natürlich! Hier kommen Leuchte auch rum... Helios, Helios, Helios... Einer eurer Hilden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Selbstverständlich. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. Seid gesegnet. Der Tag der Abrechnung. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, bekehrt. So, jetzt haben wir auch ein paar Rechte. Die können wir allerdings noch nicht auffüllen. Wir haben noch kein Rettung. Wir haben noch kein Rettung. Beziehungsweise eigentlich nicht da. Ah... Euer Wunsch ist mir befehlen. Aber ich glaube, ich mache jetzt auch erstmal Schluss. Ich muss... Ich muss da noch anderes machen. Und so... Und das... Jawohl! Dann soll mal eine Falle hier hinkommen. Wir kriegen das auch schon angekommen. Inshallah! So wird es gehen. Achtung mit der Kanone jetzt! Einfach mal speichern. Bei Mohammed... Und dann würde ich sagen... Ist erstmal Schluss für heute. Beendigung einer kurzen Aufnahme. Dann wollte ich noch mal kurz sagen... Ja... Dragon Search Kanal jedenfalls ganz dringend besuchen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Weil halt... Wenn ihr halt nicht Let's Play guckt, dann geht mal auf Playlists. Das sind auch ganz schöne Videos. Beziehungsweise gute... Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, Video ist halt gut. Fertig. Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. Lehrt sie das Fürchten! Wie ihr wünscht! Wie ihr wünscht! Ich nehme an, ich habe jetzt... Das Hallen wurde überwältigt. Jedenfalls dann... Jedenfalls dann... Jedenfalls wirkliche Search Kanalen. Schaut euch auch mal das Cinder Video von ihm. Und ja... Besucht auch mal Kiragas Kanal. Wenn er offen ist. Der ist nicht immer offen. Der... Mach den manchmal... Zu. Und ja... Euer Wunsch ist mir befehlt! Ihr CD! Ja... Ich werde mich hier vorbeutig behalten. So... Ja... Kiragas... Dragon Search... Weil Dragon Search... Wenn kein Display nicht... Dann hört mal andere Videos. Jedenfalls Cinder Videomantic. Und... Ja... Noch ein paar andere schöne Videos mitmuten müssen. Mh... Ich denke mal auch bald irgendwann... Wird auch so Bilder von dem Spiel... In dem Spiel kann man ja... Bilder freistellen, und wird auch ein Bildervideos kommen. Auch bestimmt auch gut. Und ja... Das war's dann jetzt auch. Also dann bis zum nächsten Mal. Also dann bis zum nächsten Mal! Und tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020